Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr schon am Thumbnail erkannt habt, dreht es sich heute um die Handynutzung an der Geschwister-Schollschule. Denn hier ist die Nutzung der Handys ein bisschen anders als an anderen Schulen. Hier könnt ihr das Handy benutzen, aber unter bestimmten Regeln. Unsere Regeln sind Nummer 1. Man darf zum Beispiel keine Fotos oder Videos von anderen Schülern machen, außer der oder die Schülerin oder auch Schüler erlaubt ist, denn sonst tut ein Schulordnungseintrag oder vielleicht von den Eltern des Kindes eine Geldstrafe. Allerdings könnt ihr in den Pausen euer Handy benutzen, wie ihr wollt. Ihr könnt Musik hören, Spiele auf eurem Handy spielen, WhatsApp-Nachrichten schreiben oder andere Personen anrufen. Bei manchen Lehrern könnt ihr sogar das Handy benutzen, aber allerdings nur für Aufgaben. Das wird nicht sehr häufig vorkommen, da der Lehrer entweder selber ein Handy besitzt oder euch dafür Bücher gibt oder am Wahrscheinlichsten, er hat sich schon informiert. Das war es leider schon mit diesem Video. Allerdings könnt ihr auf unserem Kanal Geschwister-Schollschule andere Videos davon ansehen. Von selben Format. Also, das war ein schöner Tag mit euch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch.